Wenn Samstag das Spiel angepfiffen wird, dann wird keiner von uns mehr an das Pokalspiel denken. Dann zählt nur noch das Bundesligaspiel gegen Braunschweig. Ich glaube, wer schon mal in Braunschweig gespielt hat, der weiß auch ein bisschen mit der Kulisse, dass man da sofort da sein muss. Es wird keine leichte Aufgabe für uns zum Start in Braunschweig zu spielen, aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir dort gewinnen werden. Es wäre ja dann ein bisschen zu einfach, nach einem Spiel alles wieder in Frage zu stellen. Die Aufbruchstimmung in der Mannschaft ist nach wie vor vorhanden, auch wenn wir das erste Spiel vergeigt haben. Wie gesagt, jetzt ist Bundesliga-Start, das ist ein anderer Wettbewerb und da geht es auch wieder von Null los. Es ist der erste Spieltag, da kann man noch nicht vom Abstiegsduell reden. Ich weiß nicht, ob Braunschweig unbedingt absteigen muss. Ich glaube das eher nicht, aber ich glaube auch nicht, dass wir unbedingt um den Abstieg spielen müssen. Wie gesagt, es ist der erste Spieltag und es ist noch viel zu früh, um vom Abstiegsduell schon zu reden.